Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Kommissar Kanski. Ich leite hier die Ermittlungen. Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Ich hatte Sie angerufen. So, so. Aber gehört, Ihr Vater sei verschwunden? Ja. Ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Er meinte, er sei noch bis spät in die Nacht im Museum. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mach mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Und wenn du was damit zu tun hast, dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich hab die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, Sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen. Sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Ja, ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Ich würde mir erst mal von dem Typen eine Marke zeigen lassen. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Hm. Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in den Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Bin nicht sein Schätzchen. Was soll denn das? Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Mensch, ich... Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid? Ja, ja. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser nicht die Stadt? Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Seltsamer Typ dieser Kommissar, oder? Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft. Aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert Sie dann zu zwei Wochen Taschengeldentzug, weil Sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, mache ich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Ich dachte, der will nicht schlafen gehen. Was wäre denn das jetzt? Ja. Gut. Von deutschen Entwicklern in Deutschland gespielt. Warum nicht? Ja, sie sind vorkommen. Zwei böse dreinblickende Echsenwesen. Die beiden sehen aus, als würden sie den Eingang zum Museum bewachen. Mhm. Motoren. Na, dann nehmen wir das mal. Ding, 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 ding. Dring. Ich bin, ding, ding, ding. Dring. Hallo? Papa? Bist du zu Hause? Oh Gott. Mein Kopf explodiert gleich. Ach du Scheiße. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Erst sein Büro und nun auch noch seine Wohnung. In was ist mein Vater da nur reingeraten? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Die Typen, mit denen ich es hier zu tun habe, scheinen es ziemlich ernst zu meinen. Toll. Äh, Kleiderschrank. Diese Socke. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Hm. Sehr erstaunlich. Gucken wir auch nicht viel. So. Ein Schlüppi kannst du zweimal anziehen. Einmal umdrehen und fertig. Gucken wir das lieber mal an. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. Mhm. Seiptisch. Warum tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch pflegen. Salz. Auch mitnehmen. Alles mitnehmen. Äh, was haben wir hier? Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Ja, das ist doof. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Dann nicht. Äh, Zettel. Auf einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen. Und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Passwort geschützt. Denk nach, Nina. Denk nach. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Passiert nichts. Scheint wohl der falsche Code gewesen zu sein. Wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten mein Vater hat, sich Zahlenkombinationen zu merken, dann muss die Lösung irgendwo in seinem Umfeld zu finden sein. Gut. Wird. Äh. Irgendwas. Nee. Geht nicht dann. Nochmal. Pizzastück und Salzstrahl. Ah, Mensch. Teppichkant. Wieso kann ich die Teppichkant? Ja. Teppich. Was ist das? Da ist irgendwas zwischen den Planken. Ich habe zwar extrem filigrane Finger, aber da komme ich so nicht rein. Buch. Da. Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Was ist es denn jetzt? Oh. Das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Die Schatulle ist mit einem Schloss gesichert. Der Schlüssel dürfte ziemlich flach sein, sodass der übliche Haarspangentrick wohl nicht funktionieren wird. Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Dann sind die Rücken. Ah, gut. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich nicht wissen. Wieso schwimmten jetzt da ein Schlüssel mit rum? Ach, Alter. Nee. Ja, geh mal raus. Wieder unerklärt. So, jetzt werden wir gleich nochmal vertroschen. Ach so, den Rest vom Haus gibt's nicht. Naja, Wildtonne. Immer was brauchbares. Na gut. Dann werde ich mal. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Mhm. Interessant. Eimer. Motorrad. Eimer. Neuer Eimer. Hoch. Der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Man kennt's. Äh. Mein Motorrad. Ja. Will ich jetzt zum Museum? Weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Da geht's runter in die Kanalisation. Das stinkt aus allen Löchern. Interessant. Toll. Aber ich hab jetzt was filigranes. Vielleicht kann ich da mit was rausstochen. Das wäre möglich, ja. Probieren wollen wir mal. Weiß ich nicht. Aber ich will jetzt hier Kassette anhören. Ja, komm. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Ein Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Auto, die erste und die letzte Viertel der Löcher. Also erste, zwei, drei. Wie viele Löcher hat's? Ich fange, wo fange ich an? Ich fange jetzt Zigarette ein. Drei. Fünf. Sechs. Neun. Zehn. Elf. Vierzehn. Sechzehn. Sechzehn. Ein Viertel sind vier. Drei. Drei. Vier. Zwei. Was hat ja zwei Wächter stattdun. Was? Ich bin nur fasziniert von deinem Mikrofon ausschlagen. Wieso? Weil... Eins, zwei, drei. Ja, also... Passwort geschützt. Denk nach, Nina. Denk nach. Das Zählen ist ja jetzt nicht sonderlich interessant. Drei. Vier. Zwei. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Nee, es ist... War nur random, ne? Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits... Ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also, fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber untergesendete Objekte ist was an einen ok at nms.de betreff Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo, Olek. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt hab. Und ehrlich gesagt, bin ich auch ganz froh. Ich hab die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich hab mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Olek aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Oh, viele Mühe. Ja, und wie nehme ich dann Kontakt auf? Das ist die Mail, die mein Vater an diesen Olek geschrieben hat. Hallo, Olek. Oh, nein, 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 nein. Naja, melde dich. Und wie melde ich mich? So nicht. Kannst du nicht einfach drauf antworten? Nee. Ich hab ja drauf gedrückt und das ist das, was passiert ist. Kann ich da einfach hinfahren? Weil Kaka. Kaka? Ja, dann fahren wir wieder hin. Oh, guck mal. Die Kleine sieht irgendwie traurig aus. Ach, nee. Hallo, Kleine. Äh, hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo Nina. Ich bin Lisa. Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich hab mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja. Ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich hab hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich hab mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann hab ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann hab ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera hab ich auch wiedergefunden, aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, hab ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut.